Dann gibt es ein Wesen, dessen Wort hat Stift geöffnet für Trinkfreudige wie euch. Ihr braucht gar nichts mehr, warum nicht. Und da wir hier schon hoch im Gebirge sind, zumindest ist es für uns hoch im Gebirge, kommt mit uns in den Hort des Mitraschers! He случайlich sein immer wieder in jeder Hort des Mitras, Welt, 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 Welt... Schlichtfestbewegung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.